Was willst du von mir? Ein paar Fragen verantworten. Was ist das zwischen uns beiden Werbekanäle? Das müssen wir zwei noch herausfinden. Ich will raus hier! Habgegeben! Wohin? Wir haben nur diesen beiden Ausgeben. Aber schön war es doch! Aber schön war es doch! Und ich möcht' das noch einmal erleben! Ich bin mir gelost zu lieben! Dich zu verausgabt! Verschwendt! Die Kleef hat zwar nicht die große Schönheit, die liegt nicht, aber wahrscheinlich ist sie die beste. Schausch mir wieder her! Aus der Fußnote ist er der Schieb der Verschwunden! Aus der Fußnote ist er der Schieb der Verschwunden! Ich bin mir gelostet! Hallo? Sie kennen mich doch hier einfach alleine, das ist hier denn doch! Jetzt kommt man zurück hier überwand! Wann soll ich leben? Wann soll ich hassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal, ob man es mag, doch es kommt der Tag, wo einer fragen wird, was den Menschen an dir lag. Sitz, rote Rosen regnen, die in Seiten sämtlicher Wunder begehen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Das ist alles Propaganda aus Ruhm.